Hallihallo zu mal etwas ganz anderem und zwar zu einem Live-Tutorial und zwar wir erstellen uns ein Zombiespiel. Wir erstellen ein Zombiespiel-Projekt und wir machen das alles komplett from scratch und alle Assets, die ich verwende und sonstige sind einfach gratis aus dem Asset Store und die restlichen Assets, die erstellen wir uns dann einfach selber und wir machen das alles from scratch und joa, ich werde jetzt ein Live-Let's-Play-Tutorial machen und dieses Tutorial werde ich dann nochmal zerschnibbeln und als Folgen auf den Kanal hochladen und dann in der Beschreibung sind dann die jeweiligen Links zu allen möglichen Sachen und sonstige Sachen. Also joa, es ist halt einfach nur, ja, es ist halt einfach ein Live-Tutorial, wo wir gemeinsam das Projekt erstellen, dann könnt ihr euch entweder das VOD komplett reinziehen oder die Folgen abwarten, wo dann halt auch alle Links dann mit dabei sind, die werde ich dann nach und nach hochladen und joa, das joa, werden wir dann jetzt tun. Denn wir erstellen uns ein Zombiespiel komplett from scratch und als allererstes brauchen wir einmal, ja, Unity Hub. Das ist nicht Unity Hub, das ist Unity Hub. Und wenn wir Unity Hub runtergeladen haben, erstellen wir uns einmal ein neues Projekt und zwar in der Universal 3D Render Pipeline, also in der URP und dann nennen wir das Projekt einfach hier einmal das Zombie-Projekt oder sonstiges und erstellen das Projekt einmal. Falls ihr noch keine Unity-Version oder IDE runtergeladen habt, könnt ihr hier bei Installation den Editor einmal hier herunterladen und dann, falls ihr noch keine IDE habt, also da, wo ihr Code schreibt, da könnt ihr dann einfach hier oben bei Visual Studios einen Haken machen und dann wird das automatisch mit runtergeladen und dann wird das auch automatisch eingerichtet. So, die Programme, die wir komplett benutzen werden, sind einfach nur Blender und GIMP und natürlich Unity. Also einmal laden wir uns dann einmal Blender runter, das holen wir uns dann einmal für das Modellieren von unseren Zombies und sonstigen Sachen und anderen Objekten und dann laden wir uns noch einmal GIMP runter oder das jeweilige Zeichenprogramm, was ihr halt präferiert, was ihr am besten findet. Ich finde GIMP am besten und dann können wir auch schon loslegen, wenn wir das alles haben und ja, dann würden wir mal sagen, starten wir mal komplett from scratch und erstellen dann unser neues Projekt und dann landen wir hier in einer leeren Unity-Szene und dann fangen wir komplett von Anfang an. Alle Assets, die ich verwenden werde, sind dann in der Beschreibung als Link da, aber es sind alles Gratis-Assets einfach aus dem Assets-Store und wie gesagt, die ganzen anderen Sachen, die erstellen wir uns dann einfach komplett selber, damit wir das einmal komplett alles erleben, wie können wir denn in Blender Models erstellen, texturieren, animieren und 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 dann erstellen wir uns unser eigenes kleines Wellen-Zombie-Shooter-Spiel, also so wie bei Call of Duty-Zombies, so dass immer mehr Horden von Zombies einfach auf uns zukommen und wir die dann abknallen können. Yeah, ballern! So, wie gesagt, das werde ich dann alles in Folgen hochladen und ja, dann könnt ihr euch entweder das lange VOD ansehen oder die Folgen mit den Links und dann war es das Ausscho. So, dann brauchen wir erstmal einen Startpunkt und der Startpunkt, den wir natürlich einmal brauchen, ist unser Player. Wer hätte es gedacht? Und für unseren Player benutzen wir einfach erstmal eine simple Kapsel, also machen wir hier ein 3D-Objekt, Kapsel und das nennen wir dann einfach Player. So, auf unseren Player ziehen wir dann unsere Main Camera, einmal da draufziehen und dann einmal hier die Koordinaten auf 0, 0, 0 und dann ziehen wir das einmal hier auf Kopfhöhe und ein bisschen weiter nach vorne, so und dann erstellen wir uns schon mal ein simples Script für den Player und dafür erstellen wir uns einmal einen Ordner in unseren Assets für die Scripts und dort erstellen wir uns dann einmal unser Player Script, Mono Behavior Script und das haben wir dann einfach, das heißt, einfach simple Player. So. Im, äh, im hochgeladenen Videos werde ich auch, äh, die hochgeladenen Videos werde ich auch schneiden, also ich werde die Lade, äh, die Ladezeiten und sonstiges, das werde ich halt alles rauscutten und diverse andere Sachen, aber ansonsten ist es halt ein ganz neues Format und zwar Live-Tutorial, damit ich einmal in langen, äh, gemeinsam mit euch, falls welche von euch dabei sein sollten, dann, äh, dass wir das gemeinsam machen können und dass ich das dann in den Folgen zusammenschnibbeln kann und dann schneide ich auch die Ladezeiten und sonstiges, das Compiling und so schneide ich dann alles raus in den Folgen, also, ja, das ist so angenehm wie möglich ist und die Folgen, äh, werde ich dann auch so schnell wie möglich hochladen, also ich werde das jetzt nicht so extrem zeitverzögert, sondern ich nach dem Livestream werde ich das VOD runterladen und dann werde ich das gleich in Folgen cutten und dann lade ich das auch hoch und dann werde ich hier diese nervigen Ladezeiten und sonstiges, werde ich alles rausschneiden, also das kommt dann alles weg So, du, 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 jetzt hat es, gut, dann öffnen wir einmal das Player Script und im Player Script wollen wir natürlich einmal unser ganz normales Movement haben für unseren Player selbst und dafür geben wir einmal unsere Player Capsel einfach ein Richard Buddy für die physikalische Bewegung da haben wir da einmal Richard Buddy und da machen wir einmal Use Gravity aus, den Toggle nehmen wir einmal weg so, und dann definieren wir einmal ein paar Variablen, ich mache das mal ein bisschen größer hier, super und dann sagen wir als allererstes ein paar Float Variablen, denn wir brauchen einmal eine G-Geschwindigkeit, eine Rotationsgeschwindigkeit und dann noch einmal die vertikale Rotationsgeschwindigkeit für unsere Kamera also sagen wir hier einmal Public Float Move Speed, so, dann sagen wir einmal Rotation Speed, super Rotation Speed, super und dann sagen wir einmal Vertical Rotation schon wieder falsch so, Tipp und Tipp so, dann haben wir das dann brauchen wir natürlich einmal unser Richard Buddy da sagen wir dann einfach hier Private Richard Buddy und da sagen wir einfach Rick, super dann brauchen wir einmal das Transform unserer Kamera also sagen wir da einmal hier Private Transform. Cam so und dann haben wir auch schon alles, was wir für unseren Player brauchen in der Startmethode holen wir uns das einmal alles also einmal Rick ist gleich Get Component Richard Buddy und Cam, da sagen wir dann einmal äh, bei Cam sagen wir einfach einmal, dass wir das Main Camera Objekt benutzen also Camera.main.transform super gut und dann haben wir das auch schon und dann machen wir ein simples Movement und das simple Movement machen wir einfach mit einem Vektor 3 also Vektor 3 das nennen wir dann Dir und das Stil ist dann einfach, da sagen wir dann hier einmal in Klammern dass das zusammen geht und dann sagen wir einmal Transform.Forward mal und wir nehmen das alte Input System also Input.getX und zwar einmal von Vertical ups, Vertical so und dieses GetX Vertical wird automatisch von unserer äh, von unserem Keyboard einmal die W und die S-Taste benutzen und auch wenn wir ein Gamepad benutzen oder sonstiges wird es dann einfach unser ganz normalen Stick benutzen und ja dann sagen wir da einmal nochmal Plus und dann sagen wir hier Transform.Write und das sagen wir dann mal Input.getAxis und da sagen wir dann einfach Horizontal 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 so und dann haben wir das auch schön so und dann einmal die Klammer natürlich noch wupp einmal die Klammer setzen so mit U äh, habe ich jetzt Horizontal habe ich richtig geschrieben gut und dann nehmen wir einmal hinter der Klammer sagen wir einmal den Normalized Wert also dann ist der Wert einfach statt einer sehr hohen Zahl nur noch ein Wert zwischen 0 und 1 wer macht das Normalizen gar nicht und dann verändern wir einfach das direkte Velocity von unserem Rigidbody also sagen wir einmal X äh, Rig Velocity 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 Linear Velocity ist gleich und dann sagen wir da einmal äh, ein New New Hoppala ein New Vector Free und da sagen wir dann einmal dir.x mal Move Speed so dann einmal bei der Y sagen wir einfach nur dass wir da das Rig äh, Rig dot Velocity dot Y nehmen und dann das dir.z mal Move Speed und dann haben wir schon das direkte Velocity von unserem Rigidbody abgeändert so bleiben wir dann auch direkt stehen und haben eine direkte Bewegung und dann machen wir einmal die Kamerarotation dafür nehmen wir uns einmal ein Float für Maus X und das ist dann einfach Input dot Get Access und dann sagen wir da einmal Maus Leerzeichen großes X mal Rotation Speed so und dann sagen wir einmal Transform dot Rotation nicht Rotation sondern Rotate und dann sagen wir 0 Maus X und 0 so gesehen können wir uns die Zwischenvariable auch einfach sparen indem wir einfach hier das einmal rauslöschen und das einfach direkt in das Rotation mit reinballern also einfach direkt einmal hier rein so und dann haben wir auch schon die X-Rotation also die horizontale Rotation und dann brauchen wir dasselbe nochmal für hoch und runter gucken und da sagen wir dann einmal unsere Vertical Rotation die wir haben das haben wir ja hier einmal zwischen gespeichert und dann sagen wir da einmal Vertical Rotation ist gleich Math dot Clamp und dann clampen wir welchen Wert und zwar einmal von Vertical Rotation und da sagen wir dann einfach einmal das ist dann Vertical Rotation mal Input dot get Axel und dann wollen wir einmal die Maus Y Maus großes Y so Clamp von das bis das und dann sagen wir einmal minus 30 einen 30 Grad Winkel äh am besten wären 45 Grad Winkel das ist ein bisschen logischer und dann der maximale Wert ist dann einfach nur normal 45 so so und dann sagen wir einmal cam dot äh cam dot local Euler Angels ist gleich ein New Vector Free und zwar von Vertical Rotation und dann 0 0 0 und dann haben wir das auch schon dann speichern wir das einmal ab und gehen zurück zu Unite ja jetzt wird er hier einmal hold on hold on coole Idee dankeschön wenn du die Idee so cool finde ich dann mach doch mal ein like so und dann haben wir hier unseren Player und da sagen wir dann einmal Player kriegt das Player Script das Movement Speed sagen wir jetzt erstmal einmal 10 das Rotation Speed sagen wir einfach 5 und Vertical Rotation hätten wir gar nicht public machen müssen so und dann machen wir einmal einen Fixpunkt hoppla einmal bitte wieder anschalten danke ich frage mich auch warum Unity diese Menüs direkt hier macht hier so logisch ich klicke aufs Plus und instant ist das hier warum ist das nicht da drüber was soll das ist ja auch egal so Objekte Cube einmal ein Fixpunkt damit wir einmal uns orientieren können oh eine Sache habe ich noch vergessen wir gehen nochmal zurück in Start und da locken wir einmal den Cursor und da sagen wir einmal Cursor Dot Lock State ist gleich Cursor Lock Mode Lock It so wird dann auch die Maus im Bildschirm gelockt so dass sie halt unsichtbar ist und wir halt immer unsere Maus im Bildschirm haben und wenn wir dann einmal hier auf Play gehen danke für den Like so und wenn wir dann reinklicken dann ist auch schon unser Cursor gelockt und wenn ich jetzt Escape drücke dann ist er wieder da und wenn ich jetzt einmal hier bei Player gehe und dann einmal Rotation Speed auf keine Ahnung 25 und Speed auf 55 mache dann sehen wir gar nichts warum sehen wir gar nichts Null Referential Objekt Input Access Horizontal oh ich habe Horizontal komplett falsch geschrieben warum sagt ihr denn nichts was habe ich geschrieben alles klar Horizontal Horizontal Speichern zurück Kapilis nochmal die Gaudi Play zu Hold on einmal reinklicken wir können uns bewegen jetzt können wir nach links und rechts gucken aber nicht nach oben und unten warum können wir nicht nach oben und unten gucken das ist eine gute Frage das ist eine wirklich sehr gute Frage und zwar liegt das daran dass wir warum macht er das nicht erst mal muss ja auch der Wert negiert werden also sagen wir einmal das Vertical Maus Y ja ich habe noch vergessen wir brauchen ja auch Dip einmal hier eine eine Float Float für Y und da sagen wir dann einmal Minus der Input Achse Y mal unsere Rotationsgeschwindigkeit Rotation to the Speed ganz vergessen und dann ballern wir hier statt Input X Y ballern wir einfach das Y rein naja theoretisch gesehen könnten wir auch einfach das hier einmal alles nehmen rausschnibbeln und dann sagen wir einfach statt Y direkt baller rinder dann sparen wir uns das zwischenspeichern was eigentlich total unnötig ist so und dann haben wir die Vertical Rotation und dann sollte ja auch alles richtig klappen einmal ein bisschen alarm zu schmauen so dann einmal in den Play Mode hold on so und jetzt sehen wir Rotation aber wir sehen keine Y Rotation warum sehen wir keine Y Rotation warum Rotation du nicht auf Y was soll das Rotation Speed der die Abziehung ist auf negierte Tuse gesetzt und das muss nicht mal sein sondern es muss ein Plus sein wir wollen das ja drauf rechnen und nicht mal rechnen das macht Sinn so mal Rotation Speed und jetzt sollte es auch richtig sein hoffe ich so einmal hier so und schon können wir nach unten gucken und nach oben gucken und wie wir sehen ist das dann geklemmt dass wir nicht die ganze Zeit einmal unsere Kamera durchlupen können was ich allerdings vergessen habe ist dass unser Richard Buddy Physik hat und da sagen wir dann einmal Constant und dann malern wir bei Constant Freeze Rotation und zwar alle Achsen und dann können wir nicht mehr durchdrehen und dann können wir auch gegen Sachen laufen ohne dass wir eat shit crazy gehen so ich laufe mal dagegen und ich gehe nicht eat shit crazy toll wir haben einen Spieler yay wir können uns bewegen und gucken das ist doch schon mal ein Anfang so alle Assets die wir nicht selber erstellen sind for free im Assets Store die Links sind dann in der Beschreibung zu finden wenn ich dann die Folge hochgeladen habe aber ich kann es dann halt natürlich auch einfach einmal zeigen denn wir verwenden hier einmal das einmal her einmal das Simple Poly City Low Poly Asset for free und da haben wir dann schöne Stadt Assets mit der wir uns dann eine Map bauen und da sagen wir dann einfach hier bei Unity Asset Store einmal Open in Unity und dann sagen wir einmal Link öffnen so dann öffnet sich automatisch der Package Manager da lädt dann ein bisschen so und dann haben wir hier die Gaudi und dann sagen wir Import to Projector da fragt er uns einmal ob wir alles importieren möchten nachdem er das Paket hat so und natürlich möchten wir alles importieren wäre ja auch unlogisch nicht alles zu importieren für unser Environment und für unsere Map haben wir dann schon mal schöne Assets so dann habe ich ja jetzt hier diesen zweiten Tab den ziehe ich mir mal wieder rüber so so wenn die Assets importiert sind nehmen wir nochmal das zweite Asset was wir haben und zwar das ist dann einmal hier ziehe raus und zwar das Low Poly Weapon Volume 1 Asset auch for free womit wir dann schöne Waffen haben die dann auch schon in einzelne Parts unterteilt sind wo wir das dann nicht selber machen müssen und dann können wir diese einzelnen Teile auch schön animieren also wieder dieselbe Gaudi Open in Unity öffnen Link Packet Manager öffnen zu sich down to the load down to the load und dann import to the project important so das ziehe ich wieder zurück so und dann haben wir auch schon unsere vorerst wichtigsten Assets einmal für das Environment und einmal Knarren so dann haben wir hier Low Poly City ich speichere einmal kurz die Default Szene ab weil hier gibt es ja auch eine Szene einmal eine Demo und dann öffnen wir mal Low Poly City und dann sehen wir oh mein Gott warum ist alles Pinch oh nein denn die Materials sind ganz normale Standard Materials und keine URP Materials deswegen gehen wir einmal hier rein klicken einmal hier machen Shift A also Steuerung A markieren alle gehen auf Edit und dann sagen wir einmal hier Rendering nicht Rendering sondern das war bei was bei Assets wo war das wo war das nochmal Objekte wo haben sie es jetzt hingepackt in Unity 6 ist es nicht mehr da haben sie das überhaupt noch Materials da ist es doch Konvertier Selection Materials zu URP Konvertiere das dauert ein bisschen und die Materials sind wieder normal und dann haben wir jetzt hier diese schöne kleine City Szene mit einer schönen kleinen Stadt sparen wir uns das modellieren und dann würde ich einmal sagen wir nehmen auch direkt diese City Szene weil sie ja schon mal fertig modelliert ist und machen uns quasi einfach nur ein kleines Areal also einen kleinen Bereich in dem wir gehen können und in dem wir nicht mehr gehen können und von wo dann aus die Zombies dann kommen werden und da haben wir dann hier einmal die Prefabs und bei den Prefabs haben wir hier sicher hier Props und in den Props wird zwar auch alles Purple angezeigt aber das ist nur in der Preview so weil die Preview ein bisschen ja scheiße im Updaten ist aber wenn ich es jetzt reinziehe sehen wir die Materials sind alle da also don't worry nur der Asset Drawer von Unity der updatet nur dann wenn er fröhlich ist der macht das nicht einfach so sondern der macht das nur dann wenn er denkt jetzt muss ich updaten so dann haben wir jetzt schon mal unsere schöne To the Map und dann können wir hier einmal sorgen dass wenn wir einmal zurückgehen in unsere Dings einmal hier Scenes Sample Scene Sample Scene Yo ich speichere das einfach mal ist mir egal und dann nehmen wir einmal unseren Player gehen bei unseren Assets Folder create in einen neuen Folder und dann sagen wir einmal Prefabs Prefabs Gehen da einmal rein und ziehen da einmal unseren Player rein dann haben wir ein Prefabs von unserem Player den wir immer bearbeiten können das ist doch wunderbar dann gehen wir wieder in die Demo so laden es will sie speichern klar warum nicht speichern ist immer gut dann gehen wir einmal zu unserem Prefabs und platzieren unseren Player da wo dann auch unser Spawnpunkt ist also würde ich hier sagen das Stadtzentrum ist einfach unser Spawnpunkt und dann ziehen wir uns hier einmal rein super duper wir sind auch ungefähr richtig groß das sehen wir hier in der Game View ist alles schön größentechnisch ganz gut und dann erstellen wir uns einmal eine Border und zwar für den Bereich wo dann immer die Zombies kommen sollen weil wenn wir hier jetzt hier am Maprand sind das sieht ja ziemlich kacke aus weil dann ja einfach da nichts mehr ist deswegen sorgen wir einfach dafür mit einem optischen Trick dass wir das nicht direkt sehen können und deswegen werden wir diesen Bereich von wo dann die Zombies einfach alle kommen hier mit den Prefabs mit den Probs und da haben wir hier solche Straßensperren und das meine ich mit der Unity ah guck jetzt hat das geupdatet super nice und da haben wir hier diese schöne Prop von einer Absperrung super jetzt ist sie in der Luft aber egal so und dann sperren wir einfach einmal den Bereich ab wo der Spieler sich bewegen kann da sagen wir hier einmal Rotation so dann gucken wir einmal hier mit wenn wir die rechte Maustaste gedrückt halten und WASD drücken können wir uns auch navigieren und mit Q und E können wir hoch und runter und dann können wir mit WASD einfach hier navigieren einmal auf W drücken und dann sagen wir hier einfach einmal direkt an der Häuser kommt die schnappen uns das einmal und dann machen wir einmal STRG dann haben wir es dupliziert einmal schnappen und dann machen wir hier eine Abgrenzung so dass das die Border unserer Map ist dass wir da nicht weiterkommen können schub schub und dann noch einen für die Logik so dann erstellen wir uns einmal ein leeres Gameobjekt und das nennen wir Border 1 da ziehen wir einmal hier unsere ganzen Fancies rein einmal Border 1 und Border 1 selbst kriegt dann einmal oh hoppla ich habe vergessen einmal zurück nochmal raus denn die Border ist jetzt gerade irgendwo in der Wallachai dann ziehen wir einmal das Borderobjekt hier auf irgendeinen von diesem Zäun sagen wir dann einmal hier die Koordinaten 0 0 0 jetzt ist unser Borderobjekt da dann ziehen wir das wieder raus und jetzt machen wir da unsere ganzen Absperrungen rein ist so dass das auch direkt hier ist und wir das so bewegen können und auf das Borderobjekt packen wir jetzt einfach einen Box Collider Box Collider und den Box Collider transformieren wir einmal in der Y hoch und in der ist das die Z-Achse einmal die Z-Achse in die Mitte so und dann machen wir einfach eine simple Border für unseren Player dass er da nicht mehr weiterkommt aber unsere Zombies da so drüber hüpfen den Zombies wird der Collider komplett egal sein aber unserem Player nicht der kommt da nicht mehr durch hier ist kein Durchgang so und dann kommt er da auch nicht mehr weiter da ist noch eine Lücke machen wir einmal die Lücke zu und dann kommt er da auch nicht mehr weiter jetzt können wir das Borderobjekt einmal nehmen und dann machen wir wieder Steuerung D so und dann haben wir noch ein Borderobjekt und das ziehen wir nochmal auf die andere Seite so und dann sagen wir einmal dieses Borderobjekt ist dann einfach sagen wir mal hier ist ein bisschen komisch weil hier so diese Tankstelle ist also ich würde glatt sagen wir machen das einfach zwischen diesem Kraftwerk und der Tankstelle so einmal hier hin dann stellen wir noch mehr Barrikaden auf welche ist das hier ne das ist die so Steuerung D ziehen das einmal hier rüber nochmal Steuerung D nochmal Steuerung D der ist eigentlich scheiße wir nehmen nochmal den und schieben den einfach sehr logisch da offensichtlich hier ist kein Durchlass mehr dann verändern wir die Border nochmal ein bisschen bisschen fetter machen passt super so dann grenzen wir den Bereich da hinten auch nochmal ab also Steuerung D mit einer neuen Border so dann ziehen wir das nach hier hinten da würde ich glatt behaupten weil es ist hier ein bisschen logischer geregelt ach nö weil da das Auto ist und da die LKWs machen wir einfach das so hin super und dann ist ja auch kein Durchlass mehr damit das auch optisch ein bisschen hübscher aussieht nehmen wir einmal das Stück hier duplizieren das dann haben wir das und dann nochmal die Border anpassen und dann ist da auch kein Durchlass mehr super dann scrollen wir mal weit raus weit 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 steuerung D und dann verschieben wir das nach hier hinten so dass wir auch einen schönen großen Mapbereich haben so mit O dann gehen wir einmal ein bisschen weiter zurück ein bisschen noch ein bisschen noch ein Stück so du da du weg super dann ist der Bereich auch abgesperrt dann ist da auch kein Durchlass mehr dann dürfen wir ja nicht vergessen dass hier zwischen den Häusern auch noch Lücken sind und dass man dadurch die Lücken nicht durch kann können wir einfach hier auch wieder mit der Border klären dann machen wir hier diese Border einfach noch länger und schon ist die Lücke geschlossen und dann hier einmal für die Objekte also dass wir da nicht durchkommen können machen wir nochmal eine durchsichtige Border also ein durchsichtiges Border Objekt da sagen wir einfach create empty und dann sagen wir einfach Inf Border so das machen wir mal wieder an so dann haben wir hier das Inf Border Objekt das ist natürlich wieder irgendwo in der Wallach-Eigisburg man kennt es ziehen das einmal hoch hoch boop ballern da einmal einen Box Collider drauf boop da ist der Box Collider so und dann sperren wir hier einmal alle Lücken ab indem wir jetzt einfach einmal sagen X ist alles so das ist noch nicht alles alles mehr so wo ist da unsere Border wir ziehen das mal ein bisschen weiter mittig ungefähr bis hier machen die Border länger noch länger und natürlich auch höher boop super dann machen wir dasselbe noch mal oje Unity 6 ich empfehle Unity 3 ah alright warum auch 6 nehmen wenn man 3 nehmen kann so dann haben wir ja jetzt hier noch offene Stellen da ist schon eine Border und dann sagen wir hier in diese Straßenlücke kann er auch nicht rein und hier durch diese Straßenlücken kann er auch nicht durch also schnappen wir uns hier einmal das Border Objekt von der Nummer äh 1 der hier Steuerung der so einmal schnappen mappen und dann einmal hier noch die Straße blockieren so einmal Rotation so dann einmal da platzieren die Gaudi wupp und dann ist die Straße offensichtlich unüberwindbar blockiert jetzt ist da dieses eine unnötige Objekt wupp löschen super dann nehmen wir uns das Border Objekt duplizieren das und ziehen das eine Straße weiter da machen wir das ein bisschen weiter noch hinten ungefähr so 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 was sind eigentlich die RE was RI Fies in Unity 6 RI Fies äh was meinst du meinst du die Runtime Fie oder was meinst du mit RI Fies Fies steht da Fies F-E-E-S ja Fies ich weiß leider nicht was du damit meinst so dann ziehen wir hier nochmal die Border und die platzieren wir da zwischen den Gebäude die Runtime äh die hat sich angeblich sehr viel verbessert aber welche Verbesserungen sie mit sich bringt habe ich noch gar nicht nachgeforscht ich habe einfach nur gehört in anderen äh Unity Tutorial Kanälen äh Kanälen dass sie jetzt besser ist und besser ist doch besser als schlechter oder nicht also ich bin schon so dann haben wir hier einmal die Map begrenzt super da ist eine Mapbegrenzung auch super und dann müssen wir natürlich noch mal dafür sorgen dass wir da nicht durch das Gebäude kommen dann nehmen wir einmal unsere Invisible Border duplizieren sie und dann sagen wir hier einfach einmal 55 55 so und dann sagen wir hier einfach einmal dass du da nicht mehr durch kannst damit auch kein durchkommen ist so da kommt er ja eh nicht durch super und dann machen wir jetzt das einmal hier und bam wie lange erstellst du schon Spiele mit Unity seit vier Jahren mache ich das schon redest du im Alltag auch so als würdest du jeden Satz äh Satz witzig sein weil was als äh als würdest du jeden Satz witzig sein wollen äh ja das ist die Art wie ich halt nur mal schnacken tue und ich schnack halt gerne auf lustige Art und Weise weil das Leben ist doch so langweilig und ernst ich hasse Ernsthaftigkeit Lustigkeit und Lappalien sind viel witziger was klingt besser ja hallo also dann platzieren wir hier nochmal eine Border damit wir auch da nicht mehr durchkommen können und wir müssen ja auch bedenken dass man durch diese Häuserhälften durchkommen kann deswegen verschieben wir die Border hier einmal rein und platzieren sie dann so ist doch scheiße so und außerdem ich schnack halt gerne lustig weil lustig ist lustig und jeder mag lustig so das ist mein Grund so dann noch einmal hier die Border super dann auch einmal hoppla einmal duplizieren rotieren so und dann noch mal hier platzieren dann kommt da auch nichts mehr durch so und dann haben wir unsere Map schön begrenzt dann sollte auch nirgendwo mehr ein Durchkommen sein dann kommt da auch nirgendwo mehr dann kommt da auch nirgendwo mehr dann kommt da auch nirgendwo mehr